So, ja genau, jetzt könnt ihr ein bisschen Olds-Gutzeuge für euch, also wie in der Tampne zu sehen, das seht ihr jetzt bloß nie wieder wegen der Dunkelheit, mal gucken ob alles gut geht, weil das sind jetzt nämlich mal alleine und dann mal schauen, weil ich hab ja keinen Tisch, drein gar nichts, alten TXP 010 Wenn sie gehen, gut, die gehen, mal gucken wie viel ich davon packe, ob ich alle mache, weiß ich jetzt nicht, wegen der Zeit, weil ich muss jetzt ein 0O Feuerwerk mehr aufbauen, irgendwo dort Beziehungsweise ich werde jetzt mal das Ding mal hinstellen, da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr davon, mal gucken hier, da kann ich besser zünden halt, ne, weil es nämlich nicht ganz einfach So, alten TXP, ich sag's euch immer an, wenn ich dann was Neues anfange, ja Standvideo halt, ne Und immer weit wegschmeißen, wenn ihr Kips habt in Knallkörpern, weit weghauen, ne, zwischendurch Der kam jetzt euch zu den Müll geflogen, hier, jetzt hab's schon in der Hand, der kam gerade, der seht ihr nicht, der kam aber gerade zu den Müll geflogen Weit weg, wenn's geht, so weit wie ihr schießen könnt halt, wie ist Wie gesagt, die alten TXP 010 von Treubeck oder P-Plex 20, sind 20, also eine 20 Stück Packung Zwei, wenn ihr euch seht Ich hoffe es, ihr könnt sehen, dort wo es löstet Neben mir, neben mir schlägt schön der Kips wieder einen in der Hauswand, ne, das ist wunderbar, das zeigt Wieder einen bloß, das ist einfacher Noch einen hinterher Es ist im Dunkeln, der Söck ist kreuzgefährlich Ja gut, das könnt ihr gut sehen Ich hab jetzt mal eine andere Kamera-App gemacht, weil das Raketenmiete, das war nie gut, also hier mit dem Salut Bis zum nächsten Mal, komm 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 Los, hier kommt Mit dem substitut Jetzt haben wir schon 23.08 Uhr. Nach 52 Minuten bis 0 Uhr. Und wir müssen alles noch aufbauen. Na, klasse. Ah, scheiße. Die nächste Packung. Jetzt kommt hier Ultras Liberi Medium. Wie in der Thumbnail. Wieder weit weg. Aber die sind ganz gut. Eine Rarität extra für euch. Die sind nicht ganz so gut wie die alten TX-B. Aber das passt schön. Das muss ich dir eigentlich mal vorbereiten hier. So. Moment, durch kurz. Das war's. In allen Fällen scheiße, gut, ich hoffe es. Das sind alles Sätze hier, Ultras wie Püppery, also von Dextrin. Nicht bei Gasbörders alle. Scheißwind, immer noch Sturm hier. Ja, Scheiß gibt's, ey, man ist echt die, wo man juckt. Geht der Scheißwind wieder los, ich blieb ja noch aus. Ja, aber ich geb mir Mühe, ne, also. Ja, okay. Selber vielleicht, ein Schniffs. Ja, auf den Triff. So, jetzt kommen nochmal 20 Stück ML-Titanion-Nidrate 2 Dextrin P1. Leider eine Rohrität geworden, Dextrin gibt's nicht mehr. Ja, so. Erstmal nochmal, und dann mach ich für euch dann nochmal ganz zum Schluss, jetzt, also wie gesagt, zu Ende gucken. Ähm, nochmal paar Alte Viper 1 und ein paar Bom Black. Ne? Ihr Lieben. So. El-Titanio, ne, kommt jetzt mit Vorbrenner. El-Titanio, Nitrate 2. Mit Vorbrenner. Ja. Ich will Gas geben hier, weil die Zeit drückt. So, 3 irgendwie. Momento, weil die kleben alle irgendwie zusammen. Ich will aufpassen ja wegen Durchzünden halt, ne. Und ich hab's im Hals, ne. Durch den ganzen Wind heute. So. jetzt. increizt. Genau. Du, ich hab's in den ganzen Fränen. Ich hab's in den ganzen Laufen gemacht, jetzt. Jetzt. Ich hab's in den ganzen Tag. Jetzt. Jetzt. Ich hab's in den ganzen Tag. Jetzt. Jetzt. Ich hab's in den ganzen Tag. Ich hab's. Jetzt. Wo ist das? Geil! Aber liegt ja hier, ey. Jetzt hab ich wieder einen Gipspropfen abgekriegt, ne, also das ist schön krass, aber ich reiß mich zusammen für euch, ne, also, so, erstmal die letzten drei, dann machen wir dann noch ein bisschen Old Street Stuff, ja. So, drei, ne, nochmal die letzten erstmal. So, Momentu. So, jetzt guck ich nochmal ganz kurz, achso, ne, jetzt kommt nochmal hier Viper 1, aber die alten. 3 Gramm, Glaseck, 3 Gramm an die. Nimmt einander weg, weit weg. Weit weg. Weit wegen dem Gips, ne. Ich sag's euch, endlich wieder meiner Maiken. Und dann rumpelern, ey. Verwischt. Das sind nicht die anderen, die gerade hier rumschießen, aber das ist gar nicht für wir lieben. Wir können so nette Kommentare schreiben. dann passt das schön. Ich bedanke mich und schau. Also, bis zum 0 Uhr Feuerwerk, ne? Ja. Ja. Ja.